So, da wären wir, der Drehort zu schwingen. 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 Okay, wir haben das Stück heute, glaube ich... Was meinst du, wie oft haben das gespielt? 15, 16, 20mal? 20, hätte ich auch gespielt. Morgen das gleiche nochmal. Juhu! Juhu! It's day 2! And we're playing the song again! 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 And again! Gosh, I love this song! I sure do! Wow! We're conducting a year of 30 years! Soll ich so in den Tenden in die Kamera gucken? Was um die ganze Zeit gedreht? So, der letzte Shot ist abgedreht. Wir haben leichten Küstennebel in der Location. So. Sieht aus wie Jack Sparrow oder so. Stand off. Tot. Hm. Meta. Disco-ball. Niklas. 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 Und auch Feuer. Ich glaube vor uns haben Kopelius hier ein Musikvideo gedreht. Können wir die gebrauchen, Peter? Ich weiß nicht. Meinst du nicht? Passt nicht so zum Vibe? Das war ja jetzt die Sonne. Wieso nicht? Auf jeden Fall. Ich denke Kauz. Technik-Kauz? Cyber-Kauz. das ist ein Liegenkauer. Huhn. Wenn und nicht. Ja, ich weiß nicht. Wie hast du es nicht gemerkt? Ähm, die anderen halt. Zwischendurch noch mal, aber dann kommt es einfach wieder. Aber wie hast du es? Oh, ja. Ja. Ja, du warst. Ja, du warst. Ja, du warst. Was soll man noch mal tun? Nein. 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 Nein, nein. 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 Das war's für heute.